Was Sie hier sehen, ist keine Hüpfburg für Kinder oder so, sondern ein Kino. Und zwar das günstigste der Welt. Und das hier ist nicht etwa die Business Class eines Flugzeuges, sondern auch ein Kino, nur eben in der Luxusvariante. Was man in beiden Geboten bekommt, das haben wir uns mal ganz genau angeschaut. Wir sind in Chandigarh im Norden Indiens. Dieser Ort erwartet einmal im Jahr besonderen Besuch auf diesem Feld. Und zwar von ihm, Jodaditya. Er und sein Team sind auf Tour. Sieht aus wie eine Zirkustruppe. Sie haben aber ein mobiles Kino im Gepäck. Wenn wir aufgebaut haben, bleiben wir etwa eineinhalb Monate. Wir reisen in Orte, die kein Kino haben. Das Team besteht aus sechs Männern. Manchmal holen sie sich aber Verstärkung aus der Stadt, in der sie gerade aufschlagen. Das Zelt ist knapp 20 Meter lang, zehn Meter breit und wird auf einer regenfesten Plane aufgebaut. Das Ausrollen des Zeltes ist schwer. Wir brauchen viele Männer, um das zu erledigen. Das Geheimnis des transportablen Kinos? Es wird aufgeblasen. Wie eine riesige Hüpfburg. Das Team hat mehrere Gebläse dabei, um das Kino innerhalb von nur drei Stunden aufzupumpen. Jodaditya war früher Angestellter. Jetzt ist er Subunternehmer der Firma Picture Times, die seit einigen Monaten mit mehreren Kino-Trucks durchs Land fährt. Ihm gefällt's. Ich finde die Vorstellung toll, dass wir jedem die Möglichkeit geben können, ein Kino wie in der großen Stadt zu erleben. Darauf freuen sich bereits die Zaungäste. Kino gibt es hier selten. Das will sich keiner entgehen lassen. Während hier noch Luft ins Kino gepumpt wird. Fliegen wir ins chinesische Hangzhou. Zu einer anderen Art von Kino. Im Zentrum der Stadt gibt es ein Luxus-Filmerlebnis. Das Saga-Kino. Wir laufen durch leere und luxuriös gestaltete Passagen eines großen Einkaufszentrums. Und finden ein typisches Cineplex mit zehn großen und zwei kleinen Kinosälen. Was ist so besonders an diesem Kino? Wir treffen den Mann, der es wissen muss. Kino-Manager Mai Hongbin. Auf diesem Computer läuft ein System namens TMS. Hier können wir alle Filminformationen in unseren Ablaufplan eintragen. Zum Beispiel in welchem Raum welcher Film zu welcher Zeit läuft. Die Projektoren spielen die Filme dann automatisch ab. Ich kann heute eintragen, was morgen laufen soll und es läuft von selbst. Das Geheimnis dieses Kinos ist also seine volle Automatisierung. Nur drei Menschen bedienen zwölf Kinosäle und einen Spielplan mit über 20 Filmen. Luxus bieten vor allem die beiden VIP-Kinos. Das ist einer unserer VIP-Räume. Es ist kein gewöhnlicher Kinosaal. Gäste können hier am Platz Essen bestellen. Man scannt den QR-Code mit seinem Smartphone ein und kann direkt bestellen. Kellner bringen dann das Essen an ihren Platz und man kann es während des Films genießen. In einem der Kinos hat es sich bereits eine Zuschauerin bequem gemacht. Die Ledersessel kann man in jede gewünschte Stellung einstellen, sogar in eine Schlafposition. Schlafen im Kino? In China nicht unüblich. Ich bin ein großer Fan dieses Kinos. Solange es neue Filme gibt, bin ich bis zu dreimal die Woche hier. Luxus bedeutet hier also, sich eine Decke zu schnappen und maximal zu entspannen und zu genießen. Dabei wollen die Gäste hier möglichst für sich sein. Undenkbar in Indien. Hier geht es um das gemeinsame Erleben. Das Kinozelt steht. Aber wo ist die Leinwand? Die Technik bleibt im LKW. Da ist sie sicher vor Diebstahl. Projiziert wird durch eine Öffnung in der Kinowand. Yudha Ditya ist vorsichtig, denn die Ausrüstung ist umgerechnet etwa 8.000 Euro wert. Ein Spitzenjahresgehalt in Indien. Der Kinobetreiber ist stolz darauf. Dieser Projektor ist der gleiche wie in Multiplex-Kinos. Er ist 3D-fähig und hat eine Full-HD-Auflösung in 2K. Die Leinwand ist zwar kleiner als in China, kann sonst aber durchaus mithalten mit den VIP-Räumen in Hangzhou. Auch die Akustik im Raum ist gut. Dank der Wabenarchitektur der Kunststoffhülle. In nur einer Stunde beginnt die erste Vorstellung für 120 Zuschauer. Schon jetzt ist es kuschelig-warm im Raum. Und wie steht's mit Catering? Wir entdecken eine kleine Snackbar außerhalb des Kinos. Wir verkaufen Chips, Popcorn und kalte Getränke. Alles, was wir hier verkaufen, besorgen wir in der Umgebung, in der wir gerade aufbauen. Indem sie die Verpflegung in lokalen Läden kaufen, helfen sie auch den Einheimischen. Eine Vorstellung kostet hier umgerechnet 80 Cent. Essen und Trinken ungefähr 65 Cent. Alles zusammen also gerade mal 1,45 Euro. Ganz anders in Hangzhou. Hier kostet allein der Eintritt 19 bis 25 Euro. In diesem Kino ist alles maximal bequem. Hier muss man sich für Essen und Trinken keinen Meter bewegen. Ein Smartphone mit QR-Code macht's möglich. Man kann das Essen direkt am Platz bestellen, während man den Film schaut. Das ist es mir wert, mehr zu zahlen. Es ist dann wie zu Hause, wenn du bestellst und vor dem Fernseher isst. Sehr bequem. 4 bis 5 Euro kosten die exklusiven Gerichte aus der Gourmet-Küche des Saga-Kinos. Der Chefkoch und sein Team kümmern sich darum, die Gäste wie im Sterne-Lokal zu versorgen. Die Portionen sind recht klein. Aber darum geht es nicht. Der Besucher soll glücklich sein, wenn er hier isst und einen Film sieht. Unsere Gerichte sind anders als in normalen Kinos. Wir haben exquisite Zutaten. Sie werden täglich frisch angeliefert und sind nicht immer verfügbar. Wir legen auch Wert auf Details. Und der Service ist besser. 25 Euro für zwei Boxen. Plus Kino-Preis also 50 Euro. Dabei verdienen die Menschen hier im Durchschnitt nur 600 Euro im Monat. Kino ist Luxus. Und genau das wollen die Besucher. Wenn ich hierher komme, gehe ich immer in den VIP-Raum. Der ist sehr komfortabel. Ich kann mich beim Schauen hinlegen. Der Film selbst ist fast schon Nebensache. Viele Chinesen wählen Vorstellungen außerhalb der Hauptzeiten, um das Kino möglichst für sich allein zu haben. Abschalten und sich bedienen lassen. Insgesamt fällt uns auf, dass die Säle fast leer sind. Menschen trifft man hier kaum. Selbst der Ticketkauf erfolgt via App. Dennoch scheint sich das vollautomatisierte Programm zu lohnen. Das Publikum in China nutzt das Überangebot kaum noch. Im Gegensatz zum Indischen. Ist das Kino in der Stadt, ist es der Publikumsrenner. Eineinhalb Monate spielt Judaditya ein und denselben Bollywood-Film rauf und runter. Bei konstanten Zuschauerzahlen. Doch auch hier sind Tickets nur noch in digitaler Form per Smartphone erhältlich. Die Kunden bezahlen bar und ich schicke ihnen das Ticket als Nachricht aufs Handy. Pro Tag nimmt das Kino so bis zu 5000 Rupien ein. Das sind 50 bis 65 Euro. Mit dem Geld baut die Firma ihr mobiles Kinosystem weiter aus. Die Zuschauer schätzen die Möglichkeit, dass das Kino einfach zu ihnen kommt. Die Morgen- und Nachtvorstellungen sind in der Regel ausverkauft. Mittags und nachmittags ist es etwas mehr als die Hälfte. Im Durchschnitt haben wir pro Vorstellung 75 Gäste. Endlich ist es dunkel im Zelt. Der Film läuft. Die Menschen sitzen eng zusammen und genießen das Kino. Viele zum ersten Mal. Nach der Show wird schnell Platz gemacht. Denn die nächste Vorstellung ist nur eine Stunde später. Das ärmste Kino der Welt bleibt für einige Wochen hier stehen. Zur Freude der Einheimischen. Faszination Kino. Während sich die einen einmal im Jahr auf ein einfaches Kinoerlebnis mit allen Freunden und Verwandten freuen, nutzen andere teure Luxuskinos mit Menü und Schlafsessel lieber ganz für sich allein und wann immer sie Lust dazu haben.